Es ist super nachvollziehbar, was du uns sagst, besonders wegen dem Bärenmarkt. Danke dir vielmals, mein Lieber. Das ist das halt, was mir geholfen hat und was mir die Augen geöffnet hat, so einfach zu verstehen, wie die Reichen und die Wale diesen Markt so manipulieren, dass sie das Höchste für sich selber herausholen können und mit diesen Walen dann zu lernen, mit diesen Walen mitzuschwimmen und diese gleichen Zyklen zu nutzen. Und wie so ein kleiner Fisch, kennt ihr das, wenn so ein riesen Wal da schwimmt und dann gibt es so richtig kleine Fische, die bei den Kiemen des Wales immer den Rest des Planktons und also was essen und sich ernähren. Wir müssen halt lernen, wie diese kleinen Fische mit diesen Walen mitzuschwimmen und uns von ihnen zu nähern. Und als ich das verstanden habe, war es kein großes Mysterium mehr. Es war kein, wie funktioniert das, muss ich dies verstehen, muss ich guter Programmierer werden, um zu verstehen, wie diese Blockchain komplett funktioniert. Nein, muss es nicht. Rein gar nichts. Es gibt Trader, die kommen rein aus der Börse, die gucken sich den Zyklus an und die verdienen sich Millionen hier in diesem Markt, ohne einen Hauch von Blockchain zu verstehen. Daher vielen, vielen Dank. Das war auch einer der Hauptgründe, wo Aston mir gesagt hat, man lasst uns doch so einen YouTube-Channel aufmachen, du hilfst dir doch sowieso so vielen, du erzählst dir mal so vielen. – Mmh. – – –